Ich bin tief beeindruckt von der offenen Herzlichkeit, den grenzenlosen Begeisterung, die uns hier entgegengebracht wurde als Deutscher, und ich werde viele persönliche Begegnungen, Eindrücken und Erlebnisse mit nach Hause nehmen. Es beeindruckt mich immer wieder, dass der Glauben so eine Kraft hat, uns wirklich als Familie, als Brüder und Schwestern zusammen das Leben zu teilen, den Glauben zu teilen, auch wenn Länder miteinander im Krieg liegen oder ganz schwierige soziale Verhältnisse auch herrschen. Hier drückt das alles in den Hintergrund und wir spüren, dass wir zusammengehören und dass unsere gemeinsame Aufgabe ist, miteinander die Probleme dieser Welt zu lösen und dass ganz viel Hoffnung auch in der jungen Generation steckt. Wir haben superviele Tänze gelernt, wir haben superviele über die Kulturen gelernt, wir haben super, super viel Essen gekriegt. So viel könnten wir gar nicht essen. Und das war eigentlich so, wo ich gedacht habe, wow, wie viel Mühe sie sich einfach geben und das hat uns alle sehr geflecht, wie toll die Familien waren. Es war einfach alles super organisiert. Mich beeindruckt am meisten die Lebensfreude der Menschen im Gottesdienst, diese Freude, mit denen sie den Glauben zelebrieren. Das ist bei uns nicht bekannt und das ist einfach super hier. sehr Dank. La Sierva del Señor, hágase mi segundo palabra.